So schaut das Ganze bei Dog aus. Und jetzt geht's ab ins Bad. Trixi! Good girl! Hey! Oh, no, no! So, jetzt bin ich auf der nächsten Alternativroute. So ein Lassungsfahrer ist mir entgegenkommen und hat mir gesagt, dass die Straße, wo ich fahren, gesperrt ist. Und ja, jetzt fahre ich wieder da durchs Nimmerland. Mir ist ein Star-Auto entgegenkommen, in diesen 20 Kilometer auf der Straße. Und ich glaube, ich habe die Chance, dass ich einmal ein Öff ziehe oder ein Rind hier. So, und jetzt stehe ich an. Da fahren Sie jetzt weiter, oder? Nicht weiter. Da sind Sie halt drinnen. Nein. Wäre ja eh auch schön gewesen. Darf ich mich so bald lesen können. Was für Schirrigen sind, an dem Land. Das macht mir aber im Endeffekt gar nichts aus. Weil wenn vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde spät ist, hat man wohl keinen Termin. Und bei Airbnb haben wir auch wieder abgesaugt. Das heißt, ja, egal. Es hat mehr Spaß gemacht, da durch den Urwald zu fahren, wie da hinter dem Corona-Verkehr nachgefallen. So, jetzt haben wir Bock mehr da hinterher zu fahren. Flachte ist gesicht dahin. Mehr Spaß. So, die von der letzten Unterkunft hat man gesagt, dass wir da noch danken. Weil da ist billig. Und da zahlen wir 21 Kronen pro Liter. Man rechnet ungefähr mal 10. Das heißt, 2,10 Euro pro Liter. Juhu. Und oben wird es nur teurer. Das heißt, ich will mich grad nicht wieder da aufdanken, weil es oben dann nur teurer wird. Das schaut schon wieder aus, oder? So, jetzt bin ich wieder auf derselben. Da wohnt und ich fahre auf der E6. Und auf einmal geht es von der Borla hin. Das ist schön. Und mein AirBnB, also mein drittes AirBnB, was ich heute probiert habe, ist meinst auch bestätigt worden. Das heißt, ich habe die Unterkunft auch noch. Alles ist gut. Das ist zwar eine komplette Eis-Verbauer, aber dadurch, dass die so Rillen ins Eis gefressen haben, ich weiß nicht, was das heißt. Das ist zwar ziemlich griffig. Ich meine, Vollbremsung dauert es so lange. Heut ist auch wärs. Und teilweise ist das ziemlich okay zum fahren. Wir kommen im Nordland. War nicht so schnell, aber auch ein Kaffee da. Was? Toll! Was ich hier mal ausstelle? Ich bin der Ecke bis zum Rillen. Das ist nicht griffig. Aber es ist jetzt gar nicht so. Ich glaube. Unglaublich. Es bewegt sich ja was. Militärpolizei A Bounter? WTF? We don't get the rings I'm sure we have to have a taxi Mmm, this is what's fine I'm gonna have to get it on the top